Handys, Computer, Autos, Kühlschränke, Fernseher, Kreditkarten und Reisepässe. Diese und viele weitere Produkte aus unserem Alltag haben eine wichtige Gemeinsamkeit. Sie kommen heutzutage kaum ohne Halbleiter aus. Seit Anfang 2020 befindet sich die Halbleiterindustrie und die mit ihr verbundenen Unternehmen in einer globalen Krise. Experten rechnen aus diesem Grund mit steigenden Preisen für viele Konsumgüter und somit einer anziehenden Inflation. Die Bedeutsamkeit dieses Themas sollte nicht unterschätzt werden, da sie nicht nur die Unternehmen zunehmend betrifft, sondern auch uns Konsumenten. Wenn du nicht auf der Seite der Verlierer stehen möchtest, solltest du diesen Beitrag bis zum Ende ansehen. Halbleiter finden in unterschiedliche Formen im Bereich der Elektronik Anwendung. Die Besonderheit dieser Festkörper besteht darin, dass ihre Leitfähigkeit mittels chemischer und physikalischer Prozesse wie beispielsweise ihre Erwärmung gezielt beeinflusst werden kann. Vereinfacht gesagt ermöglichen Halbleiter die Steuerung von elektronischem Strom. Wer sich ein wenig mit Informatik auskennt, weiß, dass unsere digitale Welt von Einsen und Nullen gesteuert wird. Fließt Strom bezeichnet dies eine Eins, fließt kein Strom eine Null. Mit Hilfe dieser Schaltungen und Schaltkreisen können wir Befehle unterschiedlicher Komplexität in die binäre Maschinensprache übersetzen und unsere Geräte steuern. Die Halbleiter-Technik wird unter anderem in der Photovoltaik verwendet, doch ist in erster Linie für die Herstellung von Mikrochips essentiell. Zu diesem zählen insbesondere Mikrocontroller, sogenannte Logic-Chips, die Befehle verarbeiten und ausführen, wie zum Beispiel in Fernbedienung, durch das Drücken der Taste. Ein Blick in das Innere eines Mikrochips zeigt Milliarden von Bauelementen, die zu komplexen Infrastrukturen verbaut und auf wenige Quadratmillimeter Platz finden. Speicherchips wie zum Beispiel der RAM in unserem PC sind sogar in der Lage, komplexe Informationen zu verwahren und auf Abruf bereitzustellen. In der Regel arbeiten beide Chiparten kombiniert miteinander und ermöglichen die Funktionsvielfalt unserer mobilen und digitalen Geräte. Es sollte bis dahin klar sein, dass unzählige und hochkomplexierte Arbeitsprozesse von Nöten sind, bevor es zu einer Auslieferung fertiger Chips kommen kann. Diese müssen für ihren spezifischen Anwendungszweck konzipiert werden, um in Anschluss die verschiedenen Komponenten herzustellen, diese zusammenfügen, sowie die Funktionsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit zu testen. Grund für ihren verhältnismäßig günstigen Preis liegt in einer weltweiten Arbeitsteilung, bei der Bauteile und Rohmaterialien aus verschiedenen Ländern separat hergestellt bzw. gewonnen werden und inhärent globale Lieferketten durchlaufen. Die Strecke, die zur Herstellung eines Chips zurückgelegt werden, entspricht im Schnitt einer dreifachen Umrundung des Planetens. Nach Angaben der Semicontakte Industrial Association, SIA, bedarf es zur Herstellung von Chips rund 300 Inputfaktoren und weltweit über 50 Verarbeitungsprozesse. Der Halbleitermarkt wuchs von 1990 bis 2020 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 7,5% schneller als das globale Bruttoinlandsprodukt, welches in dieser Zeit 5% betrug. Getrieben vom aktuellen Trend wie Artificial Intelligence, 5G Cloud Computing, Internet of Things und vieles mehr wird weiterhin mit einem hohen Wachstum gerechnet. Doch die Zukunft der Halbleiterindustrie ist nicht garantiert. Durch die hohe Komplexität innerhalb der Lieferkette, aber auch bei der Beschaffung der Rohstoffe und des Herstellungsprozesses kann es schnell zu einer Angebotsknappheit kommen. Seit Ausbruch der Pandemie 2020 ist die Halbleiterkrise im vollen Gang und erreicht mittlerweile historischen Ausmaß. Aufgrund von Lockdowns sowie starken reduzierten Luft- und Schiffsverkehr, die zahlreiche Lieferketten unterbrochen haben, konnten viele Unternehmen aus betroffenen Industrien ihre Absatzziele nicht erreichen. Beziehungsweise die Nachfrage ihrer Produkte nicht nachkommen. Diese stieg 2020 im Bereich der Grafikkarten und Prozessoren für Computer um 13% zum Vorjahr. Also fast das Doppelte als in einem Jahr zuvor. Nicht nur die Verschiebung zum Homeoffice, sondern auch das Kryptomining und Herausgabe neuer Spielekonsolen haben dazu beigetragen. Der Grund, weshalb beispielsweise Sony mit ihrer Playstation 5 seit November 2020 immer noch mit Lieferproblemen zu kämpfen hat, liegt daran, dass die zur Herstellung von Prozessoren und Grafikkarten notwendigen Komponenten stark umkämpft sind. Apple, Nvidia, AMD und viele weitere Hersteller der 5 und 7 Nanometer Chips sind nämlich ebenfalls auf das sogenannte ABF-Substrat angewiesen, welches als isolierender Film auf den Halbleiter aufgetragen wird. Der Preis für dieses Substrat soll durch die enorme gestiegene Nachfrage um mehr als 40% gestiegen sein. Doch allein die Corona-Krise ist nicht verantwortlich für das aktuelle Ausmaß der Chipknappheit. Geopolitische Aspekte spielen ebenfalls eine wichtige Rolle. Die USA und China und Taiwan, aber auch Japan, Südkorea und Europa gehören zu den sechs größten Nationen, über welche sich die Lieferketten für die Halbleiterherstellung erstrecken. Demnach besteht unter ihnen eine sehr starke Abhängigkeit, welche politischen Sprengstoff darstellt. Besonders China und die USA liefern sich bekanntlich ein Rennen um die weltweite Technologieführerschaft. Der unter Donald Trump ausgetragen Handelskrieg gegen China, welcher zahlreiche Sanktionen einschloss, hat auch unter Biden noch kein Ende gefunden und setzt der chinesischen Wirtschaft aktuell sehr stark zu. Der Vorteil seitens der USA als Geburtsstaat der Halbleiter liegt darin, dass sie fast alle Segmente der Halbleiterindustrie dominieren. Die USA hält ca. 60% des geistigen Eigentums in Form von Patenten, sodass die meisten weltweit erhältlichen Chips von US-amerikanischen Firmen designt und auch verkauft wird. Zu den bekanntesten Unternehmen gehören beispielsweise Intel, welches 80% des weltweiten Marktanteils für PC-Mikroprozessoren hält, somit 2020 ungefähr 77,8 Milliarden Dollar umgesetzt hat und bekannt sind zusätzlich Nvidia, AMD, die jeweils rund 10 Milliarden Dollar umsetzen konnten. Den Weltmarkt für die eigentliche Chipfertigung dominiert dagegen Taiwan. Das dort ansässige Unternehmen TSMC stellt rund zwei Drittel aller weltweit genutzten Logic-Chips her und beliefert praktisch alle US-amerikanischen Anbieter wie Nvidia, AMD, Apple und auch Tesla. Mit einem Umsatz von über 45 Milliarden Dollar in 2020 konnte TSMC um 31% zum Vorjahr wachsen, was sich in einer Verdreifachung des Aktienkurses niederschlug. Taiwan ist nicht nur der wichtigste Knotenpunkt für die Herstellung, sondern auch für die Prüfung der Halbleiter. Übernommen wird das von der ASI Technology Corporation, welche 2020 rund 17 Milliarden Dollar umsetzen konnte. Taiwan ist folglich für den weltweiten Technologiemarkt von größter Wichtigkeit und spielt somit hinsichtlich in den USA-China-Konflikt eine zentrale Rolle. Jeweils 25% aller mit Halbleiter versehenen Produkte werden in den USA und China abgesetzt, sodass die Konjunktur beider Nationen extrem von einem stabilen Angebot und günstigen Preisen abhängig ist, was durch Taiwan gewährleistet werden kann. Während die USA versucht China, den Handel mit den Nachbarn zu erschweren und Sanktionen auf die Lieferung von Halbleitern verhängt, formuliert die chinesische Regierung in ihrem aktuellen Fünfjahresplan in Sachen Chip zunehmend autonom vom Rest der Welt zu werden. China subventioniert schon seit dem Jahr 2000 einheimische Chip-Hersteller und gründet im selben Jahr das Unternehmen SMIC, welches bereits zum führenden Logic-Chip-Hersteller gewachsen ist. Der Umsatz beliefert sich im Jahr 2020 auf 4,18 Milliarden Dollar, was einem Wachstum von über 30% zum Vorjahr entspricht. Zwei weitere Inseln des asiatischen Kontinents spielen allerdings ebenfalls eine wichtige Rolle. Die Halbinsel Südkorea ist Weltmarktführer für Speicherchips, die insbesondere von Samsung und SK Hanks hergestellt werden. SK Hanks wuchs 2020 mit 19% auf einem Umsatzrekord von 26,5 Milliarden US-Dollar. Samsungs Halbleiter-Sparte konnte nach einem Umsatzeinbruch um fast 30% in 2019 im Folgejahr wieder um 9% wachsen und einen Umsatz in Höhe von 60,4 Milliarden Dollar erzielen. Mit Milliardeninvestitionen möchte Samsung außerdem ihren taiwanesischen Konkurrenten TSMC, den Markt der Logic-Chips, streitig machen. Welcher hinsichtlich der steigenden Nachfrage und höheren Marge attraktiver ist. Die Nachbarinsel Japan dagegen stellt den größten Wai-Fa-Hersteller der Welt mit der Wai-Fa Chin-Ezu. Wai-Fa sind aus Silizium bestehende Bauteile, welche die Materialiengrundlage aller Halbleiter darstellt. Mit diesem Geschäft konnte Chin-Ezu in 2020 rund 14 Milliarden Dollar Umsatz generieren. Die Spezialchemikalien, mit welchen die Wai-Fa beschichtet werden, bezieht das Unternehmen ebenfalls zum großen Teil aus Japan. Europas Bedeutung in Bezug auf die Halbleiter-Industrie kommt ebenfalls nicht zu kurz. Trumpf ist hier das niederländische Halbleiter-Unternehmen ASML. Es ist das einzige Unternehmen der Welt, welche Produktionsmaschinen herstellt, die für die Fertigung von Chips der neuesten Generation gebaut werden. Chips, die unter anderem in 5G-Handys eingebaut sind. Eine solche Maschine kostet rund 120 Millionen Euro. Abnehmer sind vor allem Samsung, TSMC und es konnte 2020 einen Umsatz von 16,5 Milliarden Dollar erzielen. Während Europa in den letzten Jahren die Fertigung von Chips größtenteils nach Asien ausgelagert haben, sieht die Europäische Kommission nun wieder vor, eigene Werke zu fördern. Der irische Konzern Linde sowie die beiden deutschen Unternehmen Merck und BSF spielen dabei eine wichtige Rolle in der Beschaffung wichtiger Chemikalien. Und auch die beiden deutschen Unternehmen Infineon und Bosch kommen der Kommission entgegen. Sie haben sich auf die Chip-Entwicklung im Automobilsektor spezialisiert und möchten nun auch wieder die eigenen Produkte aufnehmen. Bislang waren jedoch im Automobilsektor die Gewinnmargen für die Halbleiterherstellung deutlich geringer als beispielsweise für den Handymarkt. Außerdem unterliegen die Aufträge sehr großen Schwankungen. Diese Schwankungen spiegeln sich auch im Aktienkurs der Infineon-Aktie wieder. Seit 2020 konnte sich der Kurs aber mehr als verdreifachen und der Umsatz in diesem Jahr um 28 Prozent anziehen. 2020 wuchs der Umsatz lediglich um 8 Prozent zum Vorjahr. Zu Beginn des Jahres und der Pandemie hatten nämlich alle großen Automobilhersteller ihre Produktion komplett eingestellt und keine weiteren Bestellungen bei ihren eigenen Zulieferern aufgegeben. Sodass viele schon nach wenigen Monaten die Insolvenz gedroht hat. Bis heute hat sich die Lage einiger Zulieferer deutlich verbessert. Allerdings sind sie noch nicht aus der Gefahrenzone. Die Automobilbranche ist aufgrund ihrer zyklischen Eigenschaft stark von der epidemischen Lage der Länder abhängig, über welche sich ihre Wertschöpfungskette erstreckt. Sowie von der konjunkturellen Situation in den Absatzländern. Die Halbleiterproduktion für den Fahrzeugmarkt hat dennoch großes Wachstumspotenzial. Trends der Elektromobilität und des autonomen Fahrens sorgen für eine höhere Anforderung hinsichtlich der verbauten Steuer- und Speichereinheiten. Tesla gibt hier die Richtung vor. Ihre Autos kommen mit deutlich weniger Chips aus als Modelle der konkurrenten Hersteller. Indem die Rechenleistung an nur wenigen Orten zentralisiert wird, ist es zunehmend einfacher, umfassende Software-Updates durchzuführen, die auf fast alle Funktionen des Autos Einfluss haben. Auch deutsche Hersteller wie VW und BMW haben die Vorteile dieser Technologie erkannt und möchten nur noch wenige, aber deutlich leistungsfähige Chips in die Fahrzeuge einbauen. Wie Infineen davon profitieren möchte, erklären wir in unserer Aktienanalyse zum Unternehmen. Was können wir also zusammenfassen, aus diesen ganzen Informationen für die weitere Entwicklung schließen? Die meisten Chip-Hersteller arbeiten schon seit mehreren Monaten komplett am Anschlag. Die Produktionskapazitäten sollen zwar erweitert werden, doch durch die hohe Komplexität der Hersteller werden dafür weitere Monate und Jahre vergehen. Bis dahin müssen die Unternehmen aus den verschiedenen Branchen weiterhin um das vorhandene Chip-Angebot wetteinfahren. Große und mächtige Konzerne wie Apple und VW haben durch ihre Marktmacht einen klaren Vorteil. Allerdings hat auch Apple die Herstellung von MacBooks und iPads aussetzen müssen. Und besonders in der Automobilindustrie scheint sich aktuell der grasierende Mangel an Halbleitern zu verschärfen. Neue Varianten des Virus, verbunden mit erneuten Lockdowns und geopolitischen Entwicklungen, können zudem zu einem erneuten Supergore führen. In absehbarer Zeit ist das Ende der Halbleiterkrise nicht in Sicht. Durch das geringe Angebot werden die Preise der Zulieferer steigen müssen. Wenn sich diese auf dem Niveau halten, werden auch die Preise der Konsumentenprodukte steigen. Bei Neu- und Gebrauchtwagen sowie einiger Hardwareprodukte kann man diese Entwicklung bereits beobachten. Die höheren Preise können dann zu einer geringen Konsumnachfrage führen und somit zu einer rezessiven wirtschaftlichen Entwicklung, worunter viele Unternehmen und ihre Aktien leiden würden. Chip-Hersteller sind aus diesem Grund bei Anlegern aktuell sehr beliebt. Die Aktien sind allerdings schon extrem teuer, sodass Korrekturen trotz steigender Umsatz und Gewinnkennzahlen möglich sind. Neben Aktien, die nicht direkt von dieser Halbleiterkrise betroffen sind, kann es allerdings auch interessant sein, sich einige wichtige Zulieferer der Halbleiterindustrie anzuschauen. Von diesen hatten wir in diesem Beitrag bereits einige genannt. Wenn du lernen möchtest, wie du systematisch und risikogeschützt Gewinne von über 20% pro Jahr an der Börse erzielen kannst, um dich vor steigender Inflation zu schützen, dann sieh dir gerne unseren kostenlosen Workshop an, in dem wir unsere Strategie präsentieren. Den Link findest du unten in der Videobeschreibung. Wenn dir das Video gefallen hat, dann vergiss bitte nicht, uns ein Like da zu lassen. Ich wünsche dir gute Investments und vor allem viel Spaß. Adrian von Finment Also, wir sehen uns hier in dem Videobeschreibung. Vielen Dank.